Mein Name ist Marc Scheufen, ich bin nur einer der wenigen Forscher zum Thema Open Access, vielleicht der einzige Ökonom. Ich möchte drei Thesen meiner Forschung vorstellen. Erstens, wir Wissenschaftler brauchen Anreize, um Open Access zu publizieren. Angesichts eines klaren Impact-Faktor-Vorteils von Close-Access-Zeitschriften wird dies wohl kaum passieren. Der goldene Weg wird nur dein Wunsch bleiben. Zweitens, und unter dem Eindruck von Punkt 1, Open Access-Mandate sollten auf den grünen Weg abstellen. Dabei ist es wichtig, die signifikanten Unterschiede zwischen den Disziplinen zu berücksichtigen. Und drittens, sie brauchen eine Reform des Urheberrechts. Der mehr oder weniger effektive Zweitverwertungsvorschlag der Bundesregierung im letzten Jahr scheint da wohl nur ein erster kleiner Schritt zu sein. Ich freue mich auf interessante Gespräche und Diskussionen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an meinem Poster mal persönlich sprechen würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.